Willkommen zum Tagessiegen. Im 13. Kapitel heißt es heute im Vers 38, Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, ich sage dir noch, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Große Versprechungen hat man ihn auch schon gemacht, das kennen sie. Dass jemand ihm was Großes versprochen hat. Und was dann dabei rausgekommen ist, Verrat. Was dann dabei rausgekommen ist, gar nichts. Der Berg kreiste, dein Mäuslein wurde geboren. Der Petrus, der sich groß aufbaut und am Ende ein Angsthase. Ich lade Sie heute ein, so schwer Ihnen das auch fällt, vielleicht zu überlegen, wem haben Sie mal was Großes versprochen und ist da nicht eingehalten. Es ist nicht so schön daran zu denken. Ich weiß aber, das gehört eben auch zum Leben. Und heute in der Passionswoche möchte ich gerne, dass Sie vielleicht da zwei, drei Szenen aufschreiben. Vielleicht sogar jemandem einen Brief schreiben, den Sie gar nicht abschicken und den mitnehmen in den Karfreitag vielleicht, ans Kreuz nageln oder irgendwo verbrennen im Osterfeuer und glauben, dass Gott stärker ist als all das, was wir nicht eingehalten haben. Dass Gottes Verheißung stärker ist als das, was wir an kleinen Verheißungen Leuten manchmal gegeben haben. Er stärke sie auf diesem Weg des Neuwerdens, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!